Hi Leute, ich bin Elias Steyn. Moin, ich bin David Hoses-Hesse. Mein Name ist Karin Krimborusa. Mein Freundin, mein Name ist Marcel Halbkühn. Mein Name ist Tom Hagedorn und in Game heiße ich Sky. Meine Lieblingsserie auf jeden Fall One Piece. Meine Lieblingsserie ist One Piece. Ich mag Blacklist sehr gerne. Momentan kenne ich Naruto, deswegen kenne ich Naruto. Meine Lieblingsserie ist Naruto bzw. Naruto Shibuya. Außerhalb von CS spiele ich gelegentlich andere Spiele. Ich habe nicht so eine Präferenz, je nachdem was gerade so ein Trend ist. Ich mag gerne so Spiele wie The Witcher, Cyberpunk und sowas spiele ich gerne mal nebenbei ab und zu. Nichts, ich will aber Dota anfangen. Außerhalb von CS spiele ich eigentlich nicht so viel, aber wenn dann FIFA oder vielleicht Need for Speed. Das einzige Spiel, was ich zufällig spiele, ist nebenbei NBA 2K. Aber das ist eigentlich nicht so. Ich mag mal FIFA mit Freunden, aber hauptsächlich CS eigentlich. Genau wie dir ist 2K eigentlich nur. Ich habe glaube ich jetzt fast 16.000 Spiele schon. 14.500. Ich glaube in CS müsste ich so um die 12.000 haben, ja. Ich müsste jetzt bald an den 14.000 Spiele schon kratzen. In CS habe ich momentan ca. 13.500 oder so. Mein Lieblingsmusiker ist wahrscheinlich Suicide Boys, aber ich höre auch viel anderes. Das ist schwer und ich habe auch sehr viel das Drake 21 Savage an und gehört. Also die beiden solche. Aktuell auf jeden Fall Hate The One. Ich feiere aktuell so diese UK Rap-Style. Deswegen habe ich Hate The One. Ich habe nicht so direkten Favorite Artist, aber zu zweit höre ich sehr viel 21 Savage. Ich habe auch keinen direkten, aber in letzter Zeit höre ich gerne Drake. Keine wirklich Lieblingsmarke, aber ich feiere Jordan. Ich habe auch Jordans an. Jordan gute Marke. Biklan-shop.com ist immer eine sehr gute Antwort, aber sonst mag ich Nike sehr gerne. Biklan? Am liebsten trage ich Nike, aber ich bin auch offen für vieles. Ich habe keine Lieblingsmarke. Also an denen, die ich war, auf jeden Fall Rio in Brasilien. Sonst war Bali auch sehr cool, aber Favorites auf jeden Fall Egypten. Für mich auf jeden Fall Rio. Der beste Urlaubsort. Fällt mir jetzt auch nicht so direkt an. Ich fand die Türkei immer sehr schön. Da kann man sehr gut Urlaub machen. Und Bali, obwohl wir da jetzt auch ein Turnier hatten, war halt an sich auch sehr schön. Ich fand eigentlich ein Urlaubsort ganz letztes auf Bali. Deswegen sagt Bali. War sehr cool. Also der schönste Ort, an dem ich bis jetzt jemals war, war eigentlich Bali. Und ja, ich würde eigentlich Bali sagen. Tapsen. Simpel. Ich habe keinen Lieblings CS-Spieler. Also mein Lieblings CS-Spieler ist wahrscheinlich ihr Kinder. Tapsen. Du. Dirk.